So, 321, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator. Ich habe soeben die erste Woche Kartoffeln von unserem Auftrag abgegeben und will jetzt zurück auf mein Feld, äh Quatsch, zurück zum Kartoffelernter, der vom Helfer im Moment gefahren wird. Und, äh, das will ich mir echt nicht antun. Der hat, glaube, eine Ernte, ups, 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 eine Erntefreite von zwei Metern oder so. Und das Feld ist jetzt nicht unbedingt das kleinste. Deshalb übernehme ich die Arbeit mit dem Traktor und dem Hänger und mache aber gleichzeitig auch noch bei mir die Weizenernte auf dem ersten kleinen Feld. Hier müsste ja dann fast fertig sein. So viel kann da nicht mehr fehlen. Dann müssen wir mal sehen, wie weit schon wieder der Kartoffelernter ist. Na, kommst du hier den Berg hoch? Mal umschalten. Fahr, fahr, fahr. Gut, das Eiert. Hilfe. So, auf dem Feld wächst immer noch nichts. Habe ich da gesät, oder? Vielleicht habe ich da noch nichts angesät. Moment. Mal ganz kurz schauen. Doch, Weizen. Wachstum. Im Wachstum. Im Wachstum. Abgeerntet. Zur Ernte bereit. Hier wird gerade geerntet. Der Pferd noch. Sehr schön. Da kann ich den Trecker daneben stellen. Dann muss ich nur kurz meine Hänger holen. Damit ich Weizen wegholen kann. Von meinem eigenen Feld. Oh. Der Mähdrescher ist nämlich voll. So. Jetzt springen wir auch mal schnell. Oh. Nochmal ganz. Entschuldigung. Der hat noch ein klein wenig Rohr ausfahren. Kann ich schon mal. Ne, F war es nicht. Was war es? Rohr. Äh, lalala, oh. So. Jetzt. Steigen wir einfach aus. Laufen hier um die Ecke rum. Holen wir mal schnellen Weizen ab. Achso, der hat ja auch Pflegebereifung drauf. Wo, 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 wo. Das war ein. Ein schöner Hubbel. So. Kann ich ja eigentlich hier stehen lassen. Fährt er drüben noch? Ja. Aussteigen. Fährt er noch? Ja. So. Einsteigen. Oh. Schneidwerk runter. Schneidwerk an. So. Und jetzt vorsichtig hier rein. Strohablage. Sehr gut. Hm. 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 Ah, der hat schon wieder vollen Tank. Komm. Gut. Wo bist du? Ganz am anderen Ende. Ah. Das kann schon noch ein paar Folgen dauern, bis die Kartoffeln hier mal komplett weg sind. Oh Gott. Ups. Ups. Achso, ich stosse oben an. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das gibt's doch nicht hier. Du schrottiger Hänger. Du schrottiger Hänger. Fahr jetzt da drunter. Hilfe. Ach, ich hänge hier. Ach, ich hänge hier. Ah, den Begrenzungs-Ding da hinten. Heilige Scheiße. Und da hänge ich immer hier an den Warnmarken. Schauen wir mal, was reinpasst jetzt. Zehntausend. Zehntausend. Okay. Ach, komm. Lass mich weg. Ich hasse diese Kombination. Der riesenhohe Hänger. Und dazu noch... Und dazu noch... Oh Gott. Und dazu noch den Strohladen... Äh... Kartoffeln. 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 Kartoffeln-Ernter. Mich ist das komplett unpassend. Okay, hinten scheint was zu wachsen jetzt auf dem Feld. Kann ich also mit der Spritze nachher mal schnell drüber fahren. Oh Gott... Okay. Ach, nein. No, ich komme. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Wah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein bisschen Dünger drauf, können wir da auch vernünftig ernten, wenn das irgendwann meine Hand reif wird. So lala, war mein kleiner Mähdrescher. So, war mein kleiner Mähdrescher. So, also waren inhaltig, war mein kleiner Mähdrescher. Die Kartoffel an der Wende ist schon wieder. Ich will nicht wissen, wie oft er nachher zum Schluss hier das Feld hoch und runter gefahren ist. So, schaffen wir die Kurve so, könnte fast ein bisschen knapp werden, ja passt, Feldbreite reichen noch. So, schön, schön, schön. So, das müsste doch jetzt in einer Spur runter gehen. Au, das wird, das wird arschknapp. Scheiße. Mann, lassen wir doch mal was stehen hier. Mann. So. Schauen wir mal. Oh, das passt. Da hätte das gedacht. Oh, meine Güte. Das war ja derartig viel Glück jetzt. So, ausschalten. Rohr auskloppen. Na. Halt voll. so, Rohr einklappen dann fahren wir erst mal wieder auf den Hof zurück so, wie sieht's ach, der passt hier nicht runter aber der sollte ja eh dann in die Werkstatt mal, deshalb lassen wir den mal hier vorne wie sieht's hier auf dem Feld aus mal kurz durchspringen passt noch ein bisschen was rein Feldspritzer ich hätte schwören können, hier wächst schon was na gut, äh, dann wo ist mein Weizen hier tut mir leid, das ganze durchgeswitcht hier grad so, erstmal hier runter jetzt hauen wir bei uns einfach ins Silo rein ups, Silo ist ja hier drüben so hinten hab ich ja nichts drin deshalb passt das so ja, hinten ist leer gut, lassen wir die Kiste dann auch erstmal hier stehen schnell rüber zum Traktor den Kollegen da vorne abtanken mal schauen, wie weit der Auftrag erledigt ist 30% ja gut, jetzt nachher verkaufen hoffe ich doch mal ein bisschen mehr oh, ich werd's mal versuchen jetzt einfach von der Seite dran zu fahren dann dürfte ich auf jeden Fall nicht dort mit dem blöden Ding kollidieren dann ernte ich den einfach schön von vorn oh Gott jetzt ich unterschätze wahrscheinlich die Räder hier die Kartoffel ernte das sieht doch auch schon gescheit schmutzig aus komm, lass mich einfach weg hier oh, das gibt's doch nicht die harten Kanten hier in der Karre so, mal ganz kurz schauen wie weit ist denn der jetzt in der Spur geblieben naja gut so ein bisschen Geld haben wir noch aber jetzt würde ich jetzt erst mal Stroh zusammen machen hatten wir einen Schärchenmacher ne na gut dann 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 hast du Pflegereifen du hast Pflegereifen auf Kuppel auf Kuppel da schauen wir mal schnell in den Shop und gucken mal und gucken mal wir gucken natürlich erst ob wir vielleicht doch irgendwo so ein Dings in Besitz haben aber ich glaube nicht so gucken wir mal Garage da 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 gemietete Fahrzeuge nix eigene Fahrzeuge hänger flog kruppe saatmaschine striegel gewichte hunderte ok dann zurück was wollte ich jetzt ein Schwader 30.000 wie weit ist der neun Meter neun Meter 14 kommt neun Meter da muss ich mir wohl Geld leihen neun Meter für 30 8 Meter 50 18 kmh 18 kmh 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 kommt nehmen wir schon den von Kohn äh Kredit 30 und ich wollte da eigentlich einen Kredit abzahlen so jetzt jetzt aber kaufen da 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 kaufen jawohl ok mal wenn ich Gras mache brauche ich den dann eh wieder und die nächsten Felder haben da ist ja auch Weizen angebaut brauchen wir auch wieder ein bevor ich den mir 5000 mal miete kauf man lieber so vorsicht So, nun brauche ich noch mal kurz Schwader ausklappen, X, und Schwader senken, V, dann B. So, Hilfsmenü wieder weg. Hups! Oh Gott! Nicht da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! Das sieht ein wenig kurios aus, ist es auch. Gott, oh Gott, oh Gott! So, jetzt haben wir richtig ausknocken. So, ausmachen. Rückwärtsgang. Helfer ist fast voll mit seinem Grundtank. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wird noch eine fette Zeile. Oh scheiße, die Folge ist ein bisschen lang geworden. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, bye bye.